heute die verlosung meines kleines 100 abonnenten gewinnspiel der vier überraschungs boxen und wer sie gewonnen hat sieht ihr nach dem kurzen intro servus youtube und herzlich willkommen zurück bei mir auf den kanal und ihr seht hier schon heute geht es zur kleinen verlosung in eines kleinen gewinnspiels der vier überraschungs boxen es haben zehn personen mitgemacht die hier schon in einem pot sind von denen ziehe ich jetzt vier stück die gewinnen die boxen ich würde sagen wir wischen noch mal dass sie auch nicht zusammenhängen jetzt aber jetzt und dann würde ich sagen fangen wir an und wir nehmen hier mal die goldene mitte na komm her und schau mal wie wir hier haben und zwar haben wir hier hat der steht auf den kopf und zwar haben wir hier ein der fleißig kommentiert bei mir auf den kanal wenn der autofokus jetzt mal machen würde jetzt und zwar haben wir hier so walking turtle herzlichen glück gewonnen hast eine der boxen gewonnen und bis sogar der erste den ich ziehe dann wen haben wir denn hier noch der gewinnt und zwar die zweite box geht an wachhiles ist auch ein youtuber den ich kenne also es haben viele mitgemacht die ich kenne wenn mein autofokus der will das alles nicht aber hier wachhiles hat die zweite box gewonnen da gratuliere ich doch auch gleich mal und sagt herzlichen glückwunsch und dann haben wir hier noch die nummer drei dann dieses mal da haben wir kai philipp bachert der herr hat nicht unter dem video kommentiert sondern auf meiner facebook seite da könnt ihr auch gern mal hinschauen da heißt ich genauso wie auf youtube schädel kann also kai bachert du hast auch gewonnen herzlichen glückwunsch und dann brauchen wir noch einen denn es sind vier boxen und zwar haben wir hier dennoch und zwar haben wir hier hoxig graphics du hast auch eine box gewonnen und damit sind dann alle vier boxen verlost also herzlichen glückwunsch an die vier gewinner ihr bekommt jetzt dann demnächst eine mail von mir da ihr mir eure adresse zu senden müsst von so walking zärtel müsste ich die adresse glaube ich sogar noch haben der hat sie irgendwo mal kommentiert also noch mal die gewinner den ersten den ich gezogen auch das war so walking zärtel ein großer walking dead fan also wenn ihr mal was überhaupt von walking dead wendet euch an ihn ihr nehmt euch gerne ab dann hier natürlich ein kollege der gewonnen hat und zwar war chiles auch herzlichen glückwunsch noch mal dann kai bachert auch noch mal ein glückwunsch und hoxig graphics du hast auch gewonnen und ich sage noch mal herzlichen glückwunsch an euch vier und dankeschön für die 100 abonnenten inzwischen sind sie 116 und ich freue mich wenn mein kanal weiter wächst bei den nächsten hundert werde ich mir dann auch wieder was einfallen lassen zu verlosen und dann sage ich dankeschön euch allen fürs dabei sein dankeschön für jeden der meine video schaut und sagt bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal